Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier heute am Montag, den 22. März. Wir bewegen uns direkt auf den Weg in den dritten Lockdown, aber hey, bis dahin party hart und feiern, bis der gutwörtlich Arzt kommt. Ja, ihr habt das vielleicht vorneweg schon gesehen, das wird eine recht kurze Security News Folge sein und werden, weil es nicht viel diese Woche passiert. Im Grunde, kurzes Update, starten wir in Hamburg und gehen dann nach Österreich, um uns mal ein bisschen an die Folge Töten und Getötetwerden im Sicherheitsgewerbe zurückzuerinnern. Dort ist tatsächlich vergangene Woche auch etwas Starkes passiert. Fangen wir an mit der ersten Nachricht und das sind tatsächlich gute Nachrichten, nämlich kurze Abholung wieder. Ansonsten findet ihr an dieser Stelle das Video hier nochmal verlinkt zu der Podcast-Folge, wo wir über die Angriffe in der Passage, in der Tunnelanlage, in der Europapassage am Hamburger Jungfernstieg gesprochen haben. Was war passiert gewesen? Nämlich damals gab es offensichtlich eine Auseinandersetzung zwischen Sicherheitskräften und heranwachsenden jugendlichen Kindern teilweise, wie es sich jetzt hier herausgestellt hat. Und in diesem Zusammenhang offensichtlich ohne Fremdeinwirkung aber ein Sicherheitsmitarbeiter reanimiert wurde in Folge eines Zusammenbruchs des Kreislaufs. Nach den Hinweisen, die ich auch vergangene Woche gegeben habe und auch an dieser Stelle nochmal hier verlinkt wurde zur DGUV-Vorschrift 23, hat die Hamburger Polizei nämlich das LKA 114 vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie zwei 20-Jährige und ein junges 15-Jähriges Mädchen festgenommen hat und es kam sogar zu Durchsuchungen der Wohnungen bzw. des Elternhauses dieser Beschuldigten. Bei der 15-Jährigen wurde sogar darüber hinaus Betäubungsmittel während der Durchsuchung festgestellt. Im Zusammenhang mit einer Straftat steht tatsächlich und dahingehend ermittelt die Hamburger Polizei derzeit nicht mehr die Reanimation bzw. der Zusammenbruch des Sicherheitsmitarbeiter, des 59-Jährigen Sicherheitsmitarbeiters. Es hätte sich offensichtlich jetzt bestätigt, dass er an einer Vorerkrankung litt. Nichtsdestotrotz, er würde weiterhin im Koma liegen und auch der gesundheitliche Zustand ist tatsächlich weiterhin sehr, sehr kritisch. Nach den Durchsuchungen und nach der Erhebung der Beweismittel sind die drei Tatverdächtigen weiterhin auf freien Fuß, haben jedoch längerfristige Aufenthaltsverbote für den Bereich Jungfernstieg bekommen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Nichtsdestotrotz geht man davon aus, weitere Tätern habhaft zu werden. Auf der Suche ist man die Auswertung der Beweismittel. Die dauern hier tatsächlich noch an. Dann an dieser frühen Stelle hier tatsächlich der Hinweis, wenn euch unsere Arbeit gefällt als die Sicherheitsphilosophen bzw. wenn euch gefällt, was wir hier machen, jede Woche Montag findet ihr den Podcast hier auf YouTube oder Apple, Spotify oder wo man sonst überall Podcasts bekommt. Dann unterstützt unsere Arbeit doch mit einem Abo, einem Like, kommentiert ganz, ganz fleißig unter den Videos oder tatsächlich auch letztendlich monetär, indem ihr mal vorbeischaut, was für Bücher wir veröffentlicht haben. Wenn ihr dann sagt, ihr wollt noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur unterstützen, sondern selber etwas davon haben, dann kann ich euch den Lehrgang bei der Akademie für Sicherheit empfehlen, der auch in den Shownotes unten drunter versteckt ist oder eingegeben ist, nämlich Lagebeurteilung und Medienarbeit im Sicherheitsgewerbe. Nicht nur Digitalisierung, sondern auch das Thema Lagebeurteilung und Lageauswertung wird da großgeschrieben, wird euch näher gebracht, wenn ihr diesen Kurs bucht, sodass es euch am Ende des Tages nicht so geht wie unserer Gesellschaft, unserer Regierung, Land und im Bund, dass man dann doch ganz groß überrascht ist, dass wir jetzt in die dritte Corona-Welle gehen, weil man Prävention an dieser Stelle eben nicht verstanden hat. Kommen wir nach Wien, nach Salzburg und genau zu diesem Fall, den ich eingangs schon geschildert habe, nämlich versuchter Totschlag voraussichtlich für einen österreichischen Sicherheitsmitarbeiter. Hintergrund war, dass es offensichtlich zu einem Streit zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem Taxifahrer gekommen ist, wo dann infolgedessen der Sicherheitsmitarbeiter ein Messer zog und dem 48-jährigen Taxifahrer in den Bauch stach. Der 62-jährige Sicherheitsmitarbeiter konnte dann von der Polizei tatsächlich festgenommen worden werden, nachdem der Verletzte eben über den Notruf die Polizei ermittelte. Die Tatwaffe wird derzeit noch nicht festgestellt oder ist tatsächlich noch nicht gefunden worden. Der Tatverdächtige, der Sicherheitsmitarbeiter, der ist im Polizeianhaltezentrum, also weiterhin in einem Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen dazu. Was war passiert, das weiß man tatsächlich nicht so genau. Hintergrund ist, dass beide, sowohl Opfer als auch mutmaßlicher Täter, tatsächlich nur sehr gebrochen Deutsch sprechen können. Man musste mit Dolmetschern versuchen, tatsächlich die Befragungen durchzuführen und entsprechend zu übersetzen. Vieles deutet aber einfach auf eine ganz einfache Banalität hin, nämlich, dass der Taxifahrer offensichtlich sein Fahrzeug an einem Platz abgestellt hatte, was möglicherweise beruflich oder privat den Sicherheitsmitarbeiter störte. Und in diesem Zusammenhang oder in diesem Kontext zog er dann das Messer und stach dann auf den Taxifahrer zu. Die Ermittlungen laufen, für euch nochmal verlinkt, töten und getötet werden im Sicherheitsgewerbe. Ein ganz, ganz großes Thema, nicht nur in Deutschland, sondern auch letztendlich in Österreich. Was uns eigentlich immer nur noch dazu führt oder dazu führen sollte, dass wir diese Möglichkeit, die wir gerade haben, nämlich mit der Weiterentwicklung des Sicherheitsdienstleistungsgesetzes und den jeweiligen Eckpunktenpapieren, dort tatsächlich deutlich besser nutzen, um Ausbildung, Qualifikation und vor allem auch Deeskalation und Sprachkenntnisse stärker in den Vordergrund zu stellen. Ihr kennt das selber, ihr müsstet das wissen, Bewachungsverordnung schreibt eben bestimmte Sprachkenntnisse vor in Level B1 für die Unterrichtung und Level B2 des gemeinsamen europäischen Sprachrahmens für die Sachkundeprüfung. Und jetzt können wir uns mal tatsächlich umschauen in unserem Gewerbe, wer das tatsächlich eigentlich erfüllt. Da müssen viel, 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 viel stärker die Jobcenter, die Arbeitsagenturen, die Bildungsträger und auch die IHK hinschauen. Das würde, glaube ich, auf der einen Seite die Abbrecherquote, die Durchfallquote auch bei den Grundqualifizierungen tatsächlich senken. Das würde dann wieder aus meiner Sicht zu einer Positivierung dieser Branche in der Gesellschaft führen, weil man eben nicht jeden Hinz und Kunz dorthin stellen kann. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf Sprachkenntnisse, sondern das meine ich eben auch bezogen auf alle anderen Themen, die dort letztendlich passieren und geschehen können. Und wenn wir das haben, dann erreichen wir vielleicht auch jemanden, der sich für diesen Beruf, für diese Branche interessiert, aber letztendlich sich eben bisher dorthin hat abschrecken lassen. Ja, und für die Sicherheitsmitarbeiter gilt, wenn wir alleine durch den Standard nicht nur Sprache, aber auch Berufsausübung tatsächlich einen deutlich besseren Job machen, dann können wir auch möglicherweise als Mitarbeiter stärkere Löhne fordern, was dann wieder dazu führt. Ich weiß, das sieht nicht jeder Arbeitgeber so, nicht mal die großen Verbände sehen das so, aber wenn wir eben Basisstandards haben, die für alle gelten, die für alle deutlich höher sind, als wir sie jetzt haben, dann kann ich auch oder muss ich zwangsläufig auch bei allen deutlich mehr vom Kunden verlangen, weil das eben letztendlich die gesetzliche Basis ist, das alles im Kontext von wirklich Überprüfungen und ja, keinen Gesetzes- und Regelverstößen. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen oder mich nicht dazu auslassen, an welcher Position, in welcher Funktion dieses Durchschleusens im Wach- und Sicherheitsgewerbe eigentlich gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen wird, aber wenn wir uns das Sprachnilo irgendwie wo angucken, dann möglicherweise an sehr, sehr vielen Stellen nicht aufgepasst. Das soll es tatsächlich heute gewesen sein, knappe 10 Minuten sind wir jetzt auf Sendung. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund, achtet auf euch und auf die anderen und vor allem, wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen, damit wir relativ schnell in die Herdenimmunität kommen. Bis dahin, schöne Woche euch, bis zum nächsten Mal, eure Sicherheitsvorschriften.